So, bei diesem neuen Rund auf Live. Ich bin heute auf ZWF Live und ich habe heute eine ganz bestimmte Mission, also Ingame, und zwar ich habe eine unglaublich schwierige Aufgabe, Kappa, für einen 7% Attack-Hairband und genau, das Ganze gibt es eben immer noch in der Weekly-Mission. Ich meine, meine Aufgabe dafür, glaube ich, sind irgendwie 120 Mal teleportieren, 9 Stunden online sein und 5 Daily-Missions. Das ist wirklich nicht nur wahrscheinlich meine einfachste Aufgabe für eine Weekly-Quest, aber es ist auch wirklich die einfachste Aufgabe mit dem besten Reward einfach. Das ist halt wirklich richtig nice. Okay. Ja, ich will allerdings hier neben dem Appen, was ich hier gerade mag, ein Thema ansprechen und zwar zum Thema Drop-Rights. Ich oder so ein paar und ich hatten letztens im Discord so eine Diskussion, wie man denn tatsächlich eigentlich so die Drop-Rate hier auf ZWF irgendwie ändern könnte, in Anführungsstrichen fixen könnte, beziehungsweise wie man das Ganze ein bisschen mehr viable machen könnte, also Dungeons, die Drops mehr wert sein lassen kann, ohne dass man die Drop-Rate zerstört, weil am Ende kommt das Gleiche raus. Also, wenn du jetzt viel droppst oder wenn alle viel droppen, gehen die Preise runter. Das heißt, angenommen, ein Item hat aktuell einen Wert von 10 Perien und droppst jeden Run ein Item. Ganz simpel. Wenn du jetzt irgendwie das Item nur noch jeden zweiten Run droppst, dann wird der Preis zunächst sicher auf 20 Perien gehen. Das heißt, du droppst quasi trotzdem im Durchschnitt pro Run 10 Perien. Wenn du jetzt natürlich genau das Gegenteil machst, dann passiert auch das Gegenteil. Und das ist einfach das Problem. Das heißt, die Drop-Rate allein zu verändern, ändert gar nichts. Und klar, natürlich gibt es auch immer so ein bisschen Nachfrage mit Angebot und natürlich kann man jetzt das Ganze nicht ewig skalieren. Ich meine, irgendwann ist das Server so befüllt mit Items, dass der Wert einfach auf 0 geht. Das ist klar. Und ja, Problem an dieser ganzen Sache ist allerdings momentan, die Drop-Rate noch mehr verringern. Zum Beispiel in Deathwing macht absolut keinen Sinn. Aktuell ist die Rate für irgendein Fragment. Das liegt bei 60 oder 66 Prozent, glaube ich, hat Vladi geschrieben im Discord. Und dazu muss man allerdings bedenken, 50 Prozent oder mindestens, also wahrscheinlich sogar mehr als 50 Prozent der Items sind ja komplett useless, weil das eben HP-Items sind. Dann kommt noch dazu Ringmaster-Items. Okay, gut, das ist STA-Set, vielleicht ganz wertvoll. Build-Poster-Items haben gar keinen Wert, also keine von beidem. Denn effektiv kann man sagen, die Chance, dass man wirklich ein Item droppt, welches was wert ist, ist nicht nur bei 0,33, also bei 33 Prozent, sondern wahrscheinlich sogar unter 30. Ich würde sagen so 25 bis 28 Prozent wahrscheinlich, je nachdem, was man jetzt eben als wertvoll und nicht wertvoll mit reinrechnet. Dazu muss man sagen, das momentan teuerste Teil, das wertvollste Teil liegt bei 30 Perin. Das ist das, ähm, oder? Gibt es momentan was? Ja, Crack-Shooter-Fragment ist vielleicht ein bisschen mehr wert, muss man mal schauen. Ähm, also ich meine, das ELE-Fragment, das Elementvorteil, hat glaube ich 30 Perin wert und Cracky, bin ich mir jetzt nicht sicher, war mal bei 60, 50, 40, kann aber mittlerweile auch schon bei 30 oder so sein, bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja, also man sieht schon mal, das ist jetzt wirklich nicht mehr irgendwas, wo jetzt hier gerade übertrieben krass viel wert ist. Man muss dazu sagen, es gibt 8 Klassen, das heißt, man kann möglicherweise 8 verschiedene Fragmente droppen, das heißt, die Chance liegt schon bei 1 zu 8, aber du droppst eben nur zu 60 Prozent, eins von diesen, äh, ja, Dingern, also Fragmenten, so. Ähm, oder 66 Prozent. Also, deswegen, ähm, ja, äh, klar, wenn man lucky ist, dann sagt man so, okay, cool, 30 bis 50 Perin, man muss allerdings auch bedenken, man fahren das Ganze zu zweit, also wir fahren mit zu zweit und alleine fahren macht eigentlich keinen Sinn, meiner Meinung nach, das ist einfach zu teuer und dauert zu lang und ist einfach nicht lohnenswert. Ähm, das heißt, äh, effektiv kriegt dann jeder ungefähr zwischen 15 und 20, 25 Perin höchstens. Okay, worauf will ich hinaus? Ich will drauf hinaus, ähm, dass wir seit Launch, also relativ, ja, nahezu seit Launch, also mal das Level und Equipment erreicht haben, äh, haben wir Schmuck-Dungeons gefarmt und farmen halt eben auch Deathwing wie ein Verrückter oder wie zwei Verrückter, äh, und wir farmen eigentlich so gut wie jeden Tag, äh, zwei bis viermal Deathwing und, ähm, also ich, ja, wir, wir farmen einiges in Deathwing. Sagen wir mal so, und, ähm, ich würde mal sagen, wir haben jetzt ungefähr so 60, 70, 80, 90, 100 Runs Deathwing gemacht, vielleicht haben wir sogar schon über 100 gemacht, ich habe gerade überlegt, so vier am Tag, wenn 25 Tage, und wir farmen definitiv länger als 25 Tage schon Deathwing. Irgendwie so ein Dreher auf alle Fälle, sagen wir mal einfach mal um die 100 irgendwie. Und, ja, was kam es heraus? Ich muss sagen, am Anfang war die Drop-Rate gefühlt um einiges höher als irgendwie von vor ein paar Wochen. Ich weiß jetzt nicht, ob sich da wirklich was geändert hat, und ich bin jetzt auch ein bisschen zurückhaltend damit, äh, irgendwelchen Behauptungen und so, dass die Drop-Rate sich vielleicht verändert hat. Ich weiß es nicht genau, ich kann auf alle Fälle mal nur sagen, an einem Punkt waren wir halt, da haben wir dann einfach mal zwei Tage hintereinander gar nichts getroppt. Da haben wir halt eben alle Deathwings gefarmt, äh, ich glaube auch Schmuckdansons haben wir ein bisschen gefarmt, aber halt zumindest Deathwing haben wir halt einfach gar nichts mehr getroppt. Und auch die weiteren Male, die, ich meine, das ist glaube ich schon zwei Wochen oder so her, äh, was wir gefarmt haben, kam halt echt nahezu nichts mehr bei rum. Und, wie gesagt, ich weiß es nicht, ob wir einfach davor Glück hatten und einfach Pech haben, oder ob das einfach, wie gesagt, weiß ich nicht genau. Auf alle Fälle, ähm, ich habe mir so ein bisschen Gedanken drüber gemacht, ähm, ich dokumentiere meine Drops immer, beziehungsweise mittlerweile nicht mehr so wie damals, aber ich dokumentiere das Ganze immer noch. Ähm, ähm, und es ist wirklich jetzt so, across the board ist es nicht mehr gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir farmen momentan, oder wir troppen momentan so wenig und die Alters sind einfach so wenig wert geworden, dass es keinen Sinn mehr macht, wirklich zu farmen. Muss man dazu sagen, wir brauchen für viermal Deathwing ungefähr 40 Minuten. Roundabout, etwa. In diesen 40 Minuten, also in diesen vier Runs sozusagen, ja, wie viel troppen wir? Wir troppen ein, maximal zwei Teile und in allermeisten Fällen sind die Teile nicht mehr was wert. Das heißt, wir troppen halt ungefähr, ja, teilweise troppen wir mal gar nichts, dann troppen wir vielleicht mal 10 oder 20 Perien. Ähm, und das ist wirklich für einen Aufwand von 40 Minuten. Jetzt müsst ihr mal bedenken, ähm, mit Endgame-Gear kann man in Cascada ziemlich safe 40 Perien farmen. Plus Angel-Coins, CB-Chips und die ganzen anderen Bums halt noch. Ja, ähm, ich meine, ich sehe jetzt, theoretisch würden dann zwei Leute halt Cascada farmen, weil natürlich farmen wir nicht zusammen. Das heißt, in einer Stunde könnten zwei Leute 80 Perien farmen. Müssen wir mal überlegen, 80 Perien, so viel haben wir zu keinem Zeitpunkt oder zu keinem Wochendurchschnitt hier in Deathwing farmen. Nicht mal am Anfang, wo die Sachen noch viel wert waren. Nein, das ist absolut nicht drin. Und ich meine, ich habe jetzt nicht die Arbeit gemacht, wirklich alles zusammen zu schreiben und die Preise von damals rauszusuchen und so weiter. Klar, könnte man machen, aber vorsichtiger Schätzung haben wir ungefähr pro Tag, wo wir mit Affin gefarmt haben, einen Durchschnitt von 25, etwa 25 Perien haben wir gefarmt. Im Schnitt pro Tag. Klar, am Anfang war es ein bisschen mehr, dann wurde es ein bisschen weniger, ist ganz normal. Aber, also ich meine es nur vom Itemwert allein her, jetzt nicht von Drop Rate oder sonst irgendwas. Wie gesagt, ich weiß nicht, was sich geändert hat, aber nur von Itemwerten her. Und, also vielleicht am Anfang noch so bei 40, 50 Perien pro Tag ungefähr waren im Durchschnitt, hat das Ganze jetzt mittlerweile auf 10, 15 Perien bestenfalls reduziert. Und, ich meine, wie gesagt, 40 Minuten, muss man sich jetzt wirklich mal vorstellen, für 15, 10, 15 Perien, ich meine, von mir aus lasst es sogar 25 Perien sein. Ich meine, 40 Minuten, zwei Leute könnten halt in dieser Zeit wirklich in Kaskade des X-Fache farmen. Also, ich meine, wie viel Farben waren, 15 Perien in 10 Minuten ungefähr in Kaskade, äh, 15, äh, 15 Perien in 10 Minuten, ja, habe ich gerade gesagt. Ähm, nee, Bullshit. Wie viel Farben habe ich, warte mal, ich habe meine Farben-Tests immer gemacht auf 15 Minuten, glaube ich, oder? Waren es 10 oder 15 Minuten, ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, 15 Minuten waren es. Ist ja egal, auf alle Fälle, ähm, 40 Perien pro Stunde ungefähr, also eine halbe Stunde sind ungefähr 20 Perien halt und, weiß nicht, 25 Perien pro Kopf, aber halt dann. Und, da ist halt schon ein bisschen, ein bisschen ein Problem. Ja, sogar mehr, 28 Perien ungefähr, muss denn sein, 27, 28, das muss ich grob überschlagen. Ähm, ja, das reicht mir halt eben nicht mehr. Also, ich würde mal sagen, so Deathwing allein bringt, wenn überhaupt, nicht, nicht mal die Hälfte von dem, was Kaskade momentan bringt. Und ich meine, Schmuck-Dungeons sind auch schön und gut, aber, ich muss sagen, hier zum Beispiel Sky Forest, haben wir ein bisschen mehr Glück. Oder Snowy, ähm, das geht nach der Tropen mal ein bisschen mehr, aber jetzt wirklich von, von einem, von einem Dungeon-Erlebnis, was sich hier wirklich dann lohnt oder so, kann man es halt eben auch nicht sprechen. Also, das kann ich halt absolut nicht sagen und, wie gesagt, wir fahren diese Dungeons halt wirklich Tag ein, Tag aus, seit Wochen, seit Anfang an im Prinzip. Und was dabei rumkommt, ist unterm Strich sehr wenig, wirklich sehr wenig. Und, ja, also ich meine, ich muss sagen, ähm, klar, ich habe mir natürlich auch schon schon gedacht, so macht das Ganze noch Sinn, aber, ich meine, auch Alu, Aluminium, Alumitsu, Alumitsu, keine Ahnung, ähm, hat eben auch schon seit, oder sagt auch schon seit Tag, oder seit zwei Wochen wahrscheinlich schon, ähm, dass es halt eigentlich kaum noch Spaß macht, hier Dungeons zu farmen, weil es einfach nichts bringt. Ich meine, du gehst halt immer in diese Dungeons rein, du bist halt im Prinzip eine Stunde mit beschäftigt, mit Party machen, reingehen, buffen zwischendrin, was auch immer. Und, ähm, alles, was du eben rauskriegst, ist halt einfach nichts. Hier haben wir zum Beispiel in Blast, ähm, Crack-Shooter-Ring bekommen und so, okay, nice, aber, ja, im Durchschnitt, im Durchschnitt lohnt sich das Ganze halt einfach nicht mehr. Und, ich meine, warum ist halt immer was farmen, weil man halt eben genauso gut einfach auch nach Cascada gehen könnte und stumpf einfach jeden Tag eine halbe Stunde farmt oder 20 Minuten oder so. Macht dann im Prinzip einfach keinen Sinn. Schreibt eure Meinung.